ist nicht mal so ein tisch ja da ist ein tisch warum ist der tisch so klein ist da gestrumpft oder was egal ich nehme einen tisch das für kleine menschen der tisch das ist ein breiter kirch was die backen dass du fennig wirst mann der ist schon besser hier das höhe der ist schön nein dein kinder stand genau das ist ein kinder stand hier wie in der schule hat er auch jeder kind zu sein kinder stand ja aber was willst du hier weißt du jetzt welche früchte sind wir müssen erstmal die alten auch brauchen ja dann machen sortieren bisschen kollege die frischen sachen machen wir immer noch ganz unten hin und dann musst du die einer nach oben legen muss alt ist dann immer oben anfangen den rausnehmen ok wenn du was rausnimmst hier weil die verlieren mich die verlieren nämlich ihre dings hier die nennt man jetzt ich komm nicht drauf was ach egal scheiße ich komm nicht drauf das ist ein tolles spielzeug ne guck mal ja mega komm komm also raus holen oh er hat es geschafft der ist schön den wir mal da vorne nehmen ah herrlich wie gesagt macht die früchte nach unten ok und das andere nach oben alles also in die ersten beiden noch ein bisschen dass man immer bescheid weiß dann wo was ist warum machst du eigentlich nichts links nämlich spaß ja genau machst du den weg wenn du nicht auffüllst ich mach ja alles alleine auffüllen mein hörnchen fängt auf aber nennst du wirklich hörnchen warum füllst du denn nicht auf wieso mach ich denn alles alleine hier guck schweiß und freisiges game ist so verbaut bei mir was machst du denn da hier ist was drinne lass es doch wir sind doch jetzt hier am arbeiten mensch kind du hast immer andere sachen die du gar nicht zu tun hast wenn du mein bildschirm sehen könntest ja aber warum gehst du denn hier an das regal ran ich wollte nicht ans regal es ist ans regal was ey nee ey oh du machst mich irre ey kind es ist wirklich so ach mann ich muss da 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 der macht mich noch wahnsinnig ey der typ einfach so drauf fertig ja ist halt schade dass das game wenn es so verpackt ist war ist halt schade das machen wir hier weg wenn du es nicht mehr brauchst da die du da ja das Vielen Dank.